hallo willkommen auf meinem youtube kanal rund um den neuen ford focus mk4 heute geht es um den bordcomputer beziehungsweise das test menü service menü was versteckt ist zu erreichen ist dieses indem man die ok taste gedrückt hält und den power knopf drückt nach circa drei sekunden erscheint oben ein et dann wissen wir wir sind im richtigen menü und zu erreichen ist dieses service menü nachdem oben rechts et aufgetaucht ist über den menüknopf also hier kann ich jetzt drauf drücken und es erscheint das sogenannte service menü engineering möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen es gibt ja einiges an einstellungen entweder man scrollt so durch und wählt das was man halt haben möchte oder aber man wählt das erste und scrollt dann entsprechend durch engineering test mode ist eigentlich ganz lustig wählen wir erstmal aus ach so man betätigt nicht mit ok das ganze sondern mit der menü taste kann man es auswählen also menü taste drücken dann geht in den engineering mode und jetzt kann man mit links mit oben unten durch die menüs runter scrollen im ersten moment beziehungsweise im ersten step testet er entsprechend die zeiger er macht also einen vollen sweep also einen vollen zug und testet die analoge anzeige einmal nach unten kommt man im prinzip ins zweite menü das zeigt alle leds beziehungsweise alle leds die hier jetzt verbaut sind und möglich sind auf dem bord display in der mitte sind ja die ganzen farben dargestellt um entsprechenden display fehler oder sowas erkennen zu können einmal noch mal nach unten also ich gehe jeweils nach unten die partnummer softwarenummer was jetzt genau die einzelnen werte zu bedeuten haben beziehungsweise was die aussagen ist momentan ja mir noch nicht ganz ersichtlich manufacturer info dtc status also die fehlercodes kann man sich anzeigen lassen sind jetzt keine hinterlegt hier würde er entsprechend die geschwindigkeit anzeigen in kilometer oder miles per hour engineering coolen temperature ok engine cool ok also temperatur des motors trip a trip b baterie computer dem info 1 dem info 2 switch data afbias hier kann man entsprechend ein bisschen nachjustieren falls der bordcomputer einen falschen durchschnittsverbrauch errechnet kann man hier das ganze ein bisschen nachjustieren möchte ich jetzt aber nicht durchführen und dann sind wir wieder im ersten punkt an dem wir angelangt sind also wir sind jetzt von oben nach unten durchgegangen und haben alle punkte soweit gesehen also wenn ich jetzt noch mal nach unten drücke macht er noch mal hier diesen kompletten sweep der anzeige und kann ich auch abbrechen bin jetzt also im zweiten modus um die ganzen leds und den lcd screen zu bewerten ja das war es eigentlich zum engineering mode oder service mode des boardcomputers ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten video ciao ciao